Das Coronavirus hat uns nach wie vor fest im Griff. Die Wirtschaft leidet unter den Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus. Land auf Land ab überlegt man in den Gemeinden, wie man Unternehmen helfen kann. So auch in Neukirchen am Walde und Eschenau, eine Region, die viel zu bieten hat. Neukirchen hat sehr viel zu bieten von den Unternehmen her. Wir können alles abdecken, was den täglichen Bedarf betrifft. Das heißt, es braucht keiner irgendwo hinfahren. Was Besonderes in Neukirchen ist, wir haben eigene Einkaufsgutscheine, die in jedem Geschäft eingelöst werden können. Das freut natürlich die Unternehmer, weil dort die Wertschöpfung im Ort bleibt. Wir haben über 60 Betriebe bei uns in Neukirchen, vom Kleinunternehmer bis hin zum Großunternehmer. Es ist grundsätzlich nicht nur in schwierigen Zeiten wichtig, dass man zusammenhält. In Neukirchen helfen wir immer zusammen, ein ganzes Jahr. Und natürlich auch ein großer Appell, dass wir die Leute, die Wirtschaft unterstützen, weil die Wirtschaft ist natürlich ein großer, großer Träger unserer ganzen Gesellschaft. Vor allem die Bedeutung von regionaler Landwirtschaft rückt in diesen schwierigen Zeiten starker ins gesellschaftliche Bewusstsein. Gerade in diesen Zeiten ist es sehr wichtig, die regionale Wirtschaft zu unterstützen, insbesondere natürlich auch unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe, die ja immer schon hervorragende Arbeit geleistet haben und einen wichtigen Beitrag für unsere Versorgung von Lebensmitteln und vielen anderen Produkten leisten. Qualitativ hochwertige Produkte direkt vom Bauern sowie Nah- und Selbstversorgung erscheinen momentan bedeutsamer als je zuvor. Es haben in letzter Zeit viele Kollegen dann auf Abholung gesetzt. Wir haben zum Beispiel in unserem Betrieb immer schon Essen auf Rädern gemacht, fünf Tage in der Woche, das teilen wir sie mit einem Kollegen und da bittet es sich auch, dass wir mittags mit Abholung haben. Wir sind sehr motiviert für die Zeit, wenn wir wieder aufsperren dürfen und blicken sehr positiv in die Zukunft. Gemeinsam stark, gemeinsam durch die Corona-Krise. Gerade in herausfordernden Zeiten wird Zusammenhalt großgeschrieben und Nachbarschaftshilfe in den beiden Gemeinden gelebt. Bei uns in der Region Eschenau und Neukirchen war der Zusammenhalt immer schon sehr stark und es gibt auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten sehr viele Hilfsinitiativen. Es wird wirklich fest zusammengekommen und geschaut, dass keiner alleine zurückbleibt. Und ich gebe also zuerst an, wie ich gerne eine